Hallo und herzlich willkommen bei Regen Tower Games. Mein Name ist Gones. Mein Name ist nicht Johannesburg und ich habe keinen französischen Akzent. The Walking Dead. Ja, wir haben gerade dieses Hindernis getroffen. Und da oben waren Leute... Das ist mal schön, wie du das beschreibst. Da ist ein riesiger Laster vor dem Tunnel hin. Aber ja... Ja, mal sehen, ob das... We'll get up to that red tanker. Vielleicht bringen die das jetzt oben und dann spielst du Ende, oder? Wenn ich da oben komme... Du besser nicht Mörderer oder Thieber sein! Ich glaube, du musst es herausfinden. Ein Grupp von Leute ist das, was wir brauchen. Sie sind das, was du denkst, was wir brauchen. Wir machen gut. Für jetzt? Was ist das, wenn... Stopp! Hey, Mann, ich bin Omid. Lee. Krista. Was ist mit dem Trenn? Wir fahren ihn. Oh Mann! Wir haben keine Lust auf neue Leute. Wir haben keine Lust auf neue Leute. Wir können einige able-Bodies nutzen. Ja, wir brauchen wirklich ein paar Hilfe. Was ist da drin? Oh, Scheiße! Gott, verdammt! Ihr habt ein Kind! Was machst du hier? Ich mag Kinder. Was ist das? Was ist das? Clementine. Oh, so he gets to swear. Oh, das ist großartig! See? Things are looking up. Du bist nicht ihr Vater. Er ist da unten? Es ist das Obvious? Ich bin. Nein, er ist da unten. Huh. Was ist deine Geschichte? Ben ist jung und dumm. Die sind alle scheiße. Kenny lost his wife and kid. Man, how long ago? What time is it? I don't know, uh, four? Maybe two hours ago. Goddamn. We're sorry for anything that's happened to you guys. A train is awesome, though. A tank is your real problem. We'll help you with it. But if we see anything we don't like, we're moving on down the road. Alone. We'd appreciate the help. You can't just blast through it, I guess? If you could get it down, the rest would probably be pretty easy. We'll start there. We'll come down and settle in, and see if we can help. 1. Ach nee, das ist ja mitgefahren. Ja, das ist mitgefahren. Generator? It's empty. It's empty. Das sind Ärzte. Das können nicht Ärzte nehmen. Schön. So, das ist gar kein Krankenwagen. Klebbeband. Damit kleben wir den Ding. Das ist ungefähr das einzige sinnvolle Ding in hier. Du kannst doch irgendwo Stoffel da hinbauen. Das ist ein Polizei... Nee, ein Federal Rescue Service. Empty. Das ist was ich hab gedacht. Das ist was ich hab gedacht. Schlecht. Ganz, ganz, ganz. Nein, das ist super witzig. Fünf Leute in Amerika lachen jetzt. Ja, also die gucken ganz viele aus Amerika unsere Witz-Place. Nee, ich mein, wir haben grad was witziges gelernt. Das hat nichts zu tun. So, gucken uns das... Die gucken uns das Problem einmal genauer an. Ähm... Entschuldigung. Das Ding ist mängelt zu hell. No releasing it. No nothing. Klar hier, mit Händen. There's no way I'm pulling anything apart down there. Maybe... We... Go down. Ja, ne? Oh, wir haben ja geleitet, ey. Was ist denn hier auf der anderen Seite? Ich will gerne wissen, was hier so ist. Nix. Ob da eine riesige Zombie-Armee auf mich zurennt, oder so. Nix doch eh nichts mehr, man. Man weiß ja nie. Man mag ja nichts übersehen. Wie Wolf. Ich kann auch mit den schnacken. Das kommt natürlich auch. Habt ihr ne Idee, Diggers? Let's go talk to your people, man. Omid! What? Okay, wir sollen mit den... Omid! Warum heißt der nicht Sahid? Das ist ein coolerer Name. Guys, this is Omid and Krista. Not big on welcomes. Like I said, we could use some good people. We just wanted to say hi and say your train is pretty cool. But we are not looking for charity. We could help you guys though. Maybe. The plan is to cut that tanker down and be on our way. Seems like plan enough to me. You wanna start in on that tanker? I'll get to know the girl for a minute, if you don't mind. Then why don't I show you how this thing works, in case something happens. Really, Kim? It's probably for the best. Someone might wanna have a look inside of that station back there, too. Sounds great. Let's do this thing. I'm glad someone's managed to keep this spirit. Ist die Tussi okay für dich, Clementine, oder soll ich sie hauen? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Es sieht nicht aus, dass das Ding in Jahren funktioniert. Wir müssen einen Weg finden. Ja. Steht drauf, so öffnen sie Türen. Ich fange mit dem hier an. Hm. Cool. Richtig cool. Hä? Okay, das ist das völliger Schwachsinn. Hä, soll ich vielleicht doch erst was anderes machen? Ja, oder vielleicht kannst du ja das, benutzt das zumal. Stell dich vor die Türen und drück da links auf das Zeilen. Ja, das kann man nicht. Das müsste man dann auch mit dem Ausrat auswählen können. Warum sollte man hier einfach so hingehen können? Ja, das kann nicht sein. Oder man geht zurück und sagt, Hey, ja, wir brauchen was um die Tür zu öffnen. Ja, hat immer ein, äh... Brecheisen! Ein Brecheisen! Ja, das kriegt auch nichts. Wir müssen einen Weg finden. Los, finde einen. Ich kann dich da nicht sehen. Ach, gehen wir wieder zurück. Hm. 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 Ich muss nicht einfach da hinten hinklicken und dann... Ich lasse mir Clementine da stehen. Schöne Kameraführung. Kann man das skippen? Hä? Jetzt ist in der Zeit irgendwas passiert. Alle sind tot. Warum ist er so am chillen? Super. Was war überhaupt das andere? Ich weiß noch nicht, was das macht. Es geht nicht. Es geht nicht. Ich sagte, es geht nicht. Es geht nicht. Jackass. Das ist gut. Ja. 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 Ich habe sie hunderte. Hundert. Tens. Einmal. Einmal. Wie lange seit du nach Hause bist? 6 Monate. Wir waren auf der Straße für ein paar Mal und dann... Das ist schwer. Unsere Katze wird schraubt. Ich spreche mit dir später. Er教en sie nichts? Ich versuche. Gut, dann sollen wieder hoch und das sehen. Ich kann ja auch nicht da hoch und das andere Werkzeug holen. So. So. Ah, komm. Ja, komm. Hat auch nichts bringt uns so viel verloren. Wir müssen das Display abbringen. Ich benutze den Tanker. Das würde eine verdammte Feuerball kreieren, wenn wir versuchen, zu fließen. Wie lässt man das nicht ab und verdammt dagegen? Kennst du sowas? Eigentlich haben wir nur gesehen. Naja, wir haben ein Klebeband, ne? Wir können das auch abkleben. Dann explodiert das, ne? Was steht denn da auf dem Dach? Ben, wo ist er noch? Ben. Ist ja auch nichts. Wo ist denn der andere Typ? Wollte der nicht auch zum Bahnhof? Ne, der sitzt hier drinnen und lernt das. Was soll ich denn machen? Weiß ich nicht. Mit dem da hinten reden. Hält man das auch? Das Ding ist in Höhe. Keine Verlustung. Keine Verlustung. Keine Verlustung. Keine Verlustung. Könnte ich es durchführen? Ich weiß nicht. Es gibt keinen Weg, dass ich da nichts entfernt habe. Das Ding ist da unten. Das Ding ist da unten. Alles. Wir sind gut für ein Weg. Danke Gott. Wir brauchen jemanden, irgendjemanden, zu kommen und sie wiederum, zu exterminieren oder etwas. Ich weiß nicht, was sie gehen. 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 Ja, ihre Zahlen weitergehen. Und unsere... Ich sage dir, Lee. Wenn sie mich aufhören, und ich weiß, dass ich nicht rauskomme, das ist es, Mann. Ich werde nur... ...punsch mein eigenes Ticket. Ja. Ja, ich werde mich rauskennen. Keine Dramatik. Und keine Dramatik. Und keine Dramatik. Und keine Dramatik. Hey, da. Ja. Das ist eine sehr sinnvolle Radio, für sie zu halten, nicht wahr? Es ist kaputt. Aber es bedeutet etwas zu ihr. Oh. Ich verstehe. Warte. Sie ist eine Krack-Shot jetzt. Sie haben diese Frau, Schreie? Ich habe keine Dramatik. Sie haben keine Dramatik. Sie haben keine Dramatik. Es ist gut. Sie sollte sich aufhören. Sie haben eine andere Dinge. Woher sind Sie? San Francisco. Sie sind lange von Hause. Ich schweige denjenigen da. Er wollte die große amerikanische Reise. Er hat ein bisschen mehr als er bargained für. Wer ist in der Warte? Warte, außer den alten Warte? Wundervoll, ihr zwei wird als Teufel sein. Was waren wir zwei Argen überrascht, als ich auf die Ladder gekommen bin? Nothin. Wenn ihr mit dabei sein könnt, ist es gut zu wissen, was ihr habt. Und vielleicht werden wir nicht mit dabei sein können. Ich bin nicht sicher, wie wir das Tank bekommen haben. Vielleicht fragt Omid, er mag Dinge zu brechen. Und jetzt? Gehe ich zu Omid. Reicht doch erstens. Ich glaub doch nicht, dass das so ist. Ich hab' mit ihm in den Sinn und sag' ich werd' mit dir weiter. Tschööööööööö. Wir sind zum Darno. Was war jetzt äh... Sorry... Für diese dumme Scheiße gerade. Kann man nicht hindurch gehen, sondern da. The train station is over there. The train station is over there. The train station is over there.